Wenn ich jetzt am Melken bin und dann habe ich Freie, dann kommt ja meistens der, der frei hat, dann melken und dann läute ich einfach an und gebe ihm quasi einen Rapport ab. Wenn nichts ist, läute ich nicht an und wenn etwas Spezielles ist, dann sage ich einfach so, speziell wegen der Kälbchen oder wegen der Kuh oder einfach so. Oder vielleicht sieht man einander und dann kann man es dann schnell diskutieren. Oder sonst haben wir, wir haben auch so Tafeln draussen im Stall, wo man dann Sachen aufschreibt, wenn es spezielle Sachen sind und dann schaut man einfach immer darauf und dann sieht man das und dann... Und die Kühe sind auch kennzeichnet, die, die Kälber haben oder so, die haben dann Bänden an, einfach dann so die verschiedenen Farben und dann weiss auch der Melker immer, was er machen muss. Oder ob er über die Milch liefern oder ob es verkalbert ist oder einfach so. Und dann weiss Neu undernisatornạ. Du kommst 6 auf! Zu Feindenbrochen! Entschuldigung! Du weiss!